Das ist Glaso. Glaso. Mal gucken. Dach kaputt. Glaso. Heute Abend, den 19. 5. 2013. Pfingsten. Pfingstsonntag. Petro geht links rum. Das wollen wir nicht. Aber wir können da zumindest mal hingucken. Ja, haben wir mal gesehen, was da los ist. Das ist die Glaso. Ja. 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 Beim Wettnischer Weg. Ja. Wenn das in Islam. Muss man erstmal wissen. Weiß das. Ja, was ist das denn? Das ist so fluss, ey. Wie lecker. Das wäre erst etwas Glas und morgens.